Im Alten Testament erfahren wir von einer Geschichte, die über 1700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi spielt. Zu der Zeit sollen alle Menschen noch dieselbe Sprache gesprochen haben. Die Menschen wohnten in Zelten und sie zogen umher. Wenn es ihnen irgendwo gefallen hat, blieben sie da. Eines Tages entdeckten sie ein großes Stück flaches Land, das sehr gut und fruchtbar war. Und sie wollten dort bleiben. Sie beschlossen, lasst uns hier bleiben. Wir wollen uns Häuser aus festen Steinen bauen, mit Fenstern und Türen und Dächern. Dann müssen wir nicht mehr in Zelten wohnen. Und dann fingen sie an, aus Lehm Steine zu formen und in der Sonne zu trocknen. Die Steine fügten sie mit Mörtel zusammen und bauten sich Häuser. Sie bauten sich eine ganze Stadt. Aber dann wurden sie übermütig. Sie sprachen, hey, lasst uns einen riesigen Turm bauen, bis in den Himmel, so hoch. Dann können alle ihn sehen und begreifen, dass wir die Größten sind. Dann wird alle Welt über uns sprechen. Und sie fingen an, Steine zusammenzutragen und setzten einen Stein auf den anderen immer höher. Aber es war ihnen einfach nicht genug. Der Turm muss noch höher sein. Los, weiter! Aber Gott sah sich das Vorhaben der Menschen an und wurde traurig. Er dachte bei sich, sie vergessen mich. Sie bekommen nie genug und wollen immer höher hinaus. Am Ende glauben sie noch, sie wären wie ich. Ich will etwas dagegen unternehmen. Und dann verwirrte er ihre Sprachen. Die Menschen bekamen Streit untereinander. Keiner konnte mehr den anderen verstehen. Jeder sprach nur noch seine eigene Sprache. Da gaben die Menschen den Turmbau auf und sie zogen aus der neuen Stadt weg in alle möglichen Richtungen. Der Turm wurde nie zu Ende gebaut und er blieb als Ruine stehen. So wurde er zur Mahnung für die Menschen, die ihn sahen. Seht, das ist der Turm von Babel. Die Menschen wollten zusammenhalten, aber sie waren überheblich und sie bekamen nie genug. Und jetzt sind sie überall in der Welt verstreut und sie sprechen alle verschiedene Sprachen. Und das ist die Vorbereitung. Untertitelung des ZDF, 2020